Wie hoch sind meine Rentenabschläge, wenn ich mit 63 in Rente gehen will? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen eines Mandanten oder eines Kunden, der fragt wie folgt. Ich suche schon seit geraumer Zeit, mit welchen Abschlägen ich zu rechnen habe, wenn ich mit 63 in Rente gehen will. Es wird mir aus verschiedenen Internetquellen immer ein Abschlag von 13,8% angezeigt, was nach meinem Wissensstand allerdings nicht korrekt sein kann. Ich bin da jetzt ganz verunsichert, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Der Kunde ist im November 1963 geboren und hat 1981 angefangen zu arbeiten. Er meint, weil er wahrscheinlich dann auch die 45 Jahre bald voll hat, dass er mit 64 Jahren und 10 Kalendermonaten abschlagsfrei in Rente gehen möchte. Nach seiner Berechnung müsste der Abschlag so berechnet werden, dass er von der Vollendung des 63. Lebensjahres bis zum Zeitpunkt, wo er erstmals abschlagsfrei in Rente gehen kann, berechnet wird. Und er sozusagen nur 6,6% Abschlag dann hat, weil er 22 Kalendermonate da früher in Rente geht. Und da möchte er wissen, ob denn das tatsächlich so stimmen kann. Also, da ich jetzt nicht ganz genau weiß, wann Sie im November 1963 geboren sind, habe ich einfach mal den 1.11.1963 genommen, weil das dann sich super einfach rechnen lässt. Ihre Annahme, wenn Sie mit 63, mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen, also zum 1.11.2026, dass Sie dann nur 6,6% Abschlag haben könnten, ist falsch. Wenn Sie am 1.11.1963 geboren sind, können Sie erstmals zum 1.11.2026 mit Vollendung des 63. Lebensjahres in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen. Voraussetzung ist, noch 35 Jahre Wartezeit müssen dann zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Die Höhe des Abschlages berechnet sich nach dem Zeitraum, den Sie vor Erreichen Ihrer Regelaltersgrenze vorzeitig in Rente gehen. Für jeden Kalendermonat vorzeitigen Rentenbeginns vor der Regelaltersrente erhalten Sie einen Abschlag von 0,3%. Sie rechnen also die Anzahl der Kalendermonate aus, die Sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Sie vollenden Ihr Lebensalter für die Regelaltersgrenze mit dem Geburtsjahrgang 1.11.1963, mit 66 Jahren und 10 Kalendermonaten, also zum Beispiel zum 1.9.2030. In Ihrem Beispiel jetzt, wenn wir annehmen, Sie sind am 1.11.1963 geboren, beginnt der Zeitraum der Verkürzung am 1.11.2026 und endet am 1.9.2030. Das heißt, wir haben hier genau 46 Kalendermonate und für diese 46 Kalendermonate erhalten Sie 13,8% Abschlag. Sie multiplizieren die 46 Kalendermonate mit 0,3 und das macht genau diese 13,8% Abschlag aus. Was aber nicht geht, ist die Annahme, dass der Verminderungszeitraum ab dem Tag endet, an dem Sie erstmals abschlagsfrei eine vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersgrenze beziehen können. Also Ihre Annahme, dass Sie mit Beginn einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte dann nur noch 6,6% Abschlag haben, ist falsch. Daher können Sie nicht so rechnen, dass der Verminderungszeitraum für den Abschlag ab dem 1.11.2026 beginnt, wenn wir annehmen, dass Sie am 1.11.2063 geboren sind und dann am 31.08.2028 ein Tag vor Beginn der erstmaligen Möglichkeit eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu erhalten. Das wäre nämlich dann in der Tat vom 1.11.2026 bis zum 31.08.2028 22 Kalendermonate. Wenn man das mit 0,3 multipliziert, haben wir wirklich 6,6%. Das ist aber rechtlich nicht möglich. Da können Sie bitte mal nachlesen, in § 77 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 wird der Abschlag für eine Altersrente für langjährig Versicherte, also die mit Beginn, erstmaligen Beginn mit 63 Jahren definiert. Der reguläre Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte fällt genau mit dem Datum zusammen, in dem Sie das Lebensalter für die Regelaltersgrenze vollenden, also mit 66 Jahren und 10 Kalendermonaten. Da können Sie bitte mal in die Tabellen der § 235 und 236 SGB VI nachlesen. Insoweit muss der Abschlag mit 13,8% berechnet werden, weil Sie 46 Kalendermonate früher vor Vollendung des Lebensalters der Regelaltersgrenze Ihre Altersrente in Anspruch nehmen möchten oder wollen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel